So, hallo meine lieben Geschmeidigen Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin sogar David Nathau und ich darf euch super herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Autoborals hier auf meinem wunderschönen Kanal, ne? So, ähm. Wir sind hier draußen auf Monarch. Und wir haben eine Kannibalenfamilie gefunden und die haben wir jetzt noch liquidiert, ne? Äh, die haben den Braxton gekillt. Dann wo wir den Auftrag im Prinzip hatten. Und, äh, ist das nicht. Die waren ein bisschen durch, würde ich so behaupten. Ja, auf jeden Fall können wir unseren Auftrag dann so dem entsprechend nicht abschließen, so richtig. Muss da ziemlich stinken dort. So. Machen wir diese 20 Minuten noch? Wrapped Mosk und Kanadize, right here. Ah, ich muss zu dieser Händlertante wieder, ja, stimmt. Wrapped er hier drin? Oh, it does work. Well, hi. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my- Yeah. Gosh, this old girl's in a rough way. Even old Bess and Edgewater was in better shape than this. Hey, you wanna try running a cannery with obsolete machinery? You be my guest. Um, sorry, ma'am. I wasn't trying to be rude. It's just, your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and- Oh, I see what you're saying. Oh, I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? Hmm, I feel like a bad news. That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? That's... Wow. I sure feel like an ass now. Yeah, I wouldn't wish that on Cap'n herself. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? Das Poster, ich will das Poster jetzt eigentlich haben. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Hmm. Fair enough. The damn thing's been a headache anyway. Take the poster then. And if I never hear another word about it, it'll be too soon. Puh, endlich können wir das abschließen. Super. Jetzt können wir zu dem anderen Affen da gehen und das Poster abgeben und dann vielleicht mal ein bisschen einen Boni kriegen. Ich bin eigentlich kein Fan von so Nebenquests, außer sie sind interessant. Ach, wo ist er denn jetzt? Das ist die falsche Quest. Oh, bro. time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Would you look at that? The Rizzles logo is nice and bright and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old Tossball-Blocker too. Never get the chance to use it these days. Dankeschön. So, dann können wir jetzt gerade die Main-Quest weitermachen. Und zwar Radio Freies Monarch. Yo. Dazu müssen wir diese junge, wunderhübsche Dame sprechen. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood. So, it's sliding. All over the place. Trying to crawl away. Getting so I can't tell the... Tell the blood from the mud. But I gotta get in there. Get right in that baby-wrapped stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, I'd... Shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn wrapped out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Ooh, Charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI Payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Outstanding! Du hast verloren, 2 Bitmude. What are you doing in Stellar Bay, stranger? Well, 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 well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Brass... Wait. That ain't it. Brass rats? Let's... Let's talk business. Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want to guide sooner than that? You'll have to get me something to clear my head. Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, uh, well, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month. On account of meeting one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Bemerkenswirt, wie die Friends droppen wieder. Well, they work. We got a deal or what? Okay, dann besorgen wir der ihre Drogen. Pillendöschen. Nebenquest schon wieder. Pillendöschen. Ähm, die Frames droppen gerade wieder extremst, auch im OBS. Das heißt, im Prinzip ist der PC schon wieder am Anschlag gelaufen. Keine Ahnung wieso. Das war schon im halben Tag. Und dann browse ich einfach nur. Und dann, wenn ich ein Game spielen will, dann droppen die Frames. Das ist natürlich wieder eine super Leistung von diesem Rechner. Das war schon. Haha I like that Try to see werden, um ein bisschen extra zu bekommen. Ist das nicht so? Ich würde eine Exception für dich machen, wenn ich meinen kleinen Scherub könnte. Ist jemand anderes, die eine spezielle Anwendung von Auntie Abigail braucht? Oh, her. Oh, her. Aber ich habe gesagt, Dr. Williams, wenn sie nur die M.S.I., wie die resten von uns. Jetzt habe ich gesagt, und ich weiß nicht, ich liebe mich. Ich liebe mich nicht. Ich bin sicher nicht. Okay. Oh, you flatterer old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room for all the times Dr. Williams misplaced his. Careless experimentation with medicinal substances does take its toll, eventually. Chin up, dearie. … … … … … … ... … … … Jetzt raus hier, Leute. So simpel geht das, ja? Nach alle auf Drogen. Wir sind in der Bühne. Das ist der Spot. In der... Oh, da ist es. Da ist es. Ja. Wir sind in der Bühne. 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 Oh, Hiram? Ich habe das Mann in einem H. Er ist der große Radio Tower wir heißen, Devil's Peak. Wir werden nach und nach dem Weg, bis wir nach Fallbrook gehen. Out da, da ist ein Western Slope das wird uns durch, um, 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 Das ist gut. If you're more of a Spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, uh, Three's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Okay. A real big game hunter. You gotta give me some pointers. Juhu. Okay. Das heißt, wir haben jetzt wieder, oh, wir haben sogar Vorteil. Ein paar Bits mehr. Ah, cool. Ist eigentlich nicht schlecht. War ich noch mehr vor? Ah, ich kann die, ich muss die erst noch anwenden. Fertigkeiten. Scheiße, wie funktioniert das nochmal? Wir haben schon ein paar. Ah, Beteiligung. Ja, können wir auch mal hoch machen. Dialog. Ah, Dialog. Ist eigentlich noch recht wichtig, ne? Tarnung schleichen. Kommen wir auch mal noch hoch. Ja, genau so. Tech. Ah, vielleicht noch einmal, Handfeuerwaffe 1. Okay, anwenden. Okay, jetzt würde ich noch gucken. Tagebuch. Radiofrei ist aber noch mal hoch. Okay. Jojo. Auf zum Berg. Eigentlich bräuchte ich die nicht mal. Ja, gell. Ich könnte das auch selber machen. Ist denn das wie ein Schweinchen? Wir könnten ein Auto gebrauchen oder sowas. Irgendeine Farbehause. gute alte Stellarbehause. Ein einzige Ort auf der Planeten, der nicht von Sulphur stinkt. Aufgrund der es stinkt wie Fische. Jetzt wissen wir, nach was es riecht. Es riecht nach Schwefel und in der Stadt riecht es nach stinkendem Fisch. Also nach Tumfisch wahrscheinlich. Gibt's ne Map, gell? Aha. Nehmen wir da die Straße entlang. Und rechts abbiegen. Geht auch nen Weg da hoch. Ah, hi. Oh, schuld, Mann. Geht gut. Geht los. Oh. Die Mission. Ah, dann. Kann wir das wieder machen? Ich habe was abgekriegt? Okay, dann werden wir ein paar Plündern und wahrscheinlich über den Weg laufen. Das ist auch eine Plasma-Waffe irgendwo. Da geht die Waffe. Ah, die andere. Ist noch viel stabiler drauf. Oh, was ist denn das für eine Brühe hier? Wo geht es denn da lang? Ah, da bin ich gar nicht lang. Gucken wir einfach, dass wir die Straße entlang laufen. Und da auch die paar Örtlichkeiten dann noch, ja, erkunden. Dann haben wir auch Schnellreisewege. So, wo geht denn jetzt lang? Da dann. Oh, das hat das Hurt. Oh. Wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. Der Roboter ist wahrscheinlich noch wichtig. Der hat noch Munition garantiert. Wo ist denn der jetzt? Der hat den jetzt verschrottet. Ah, ein Schwungrad. Ja, das kann man auch gebrauchen. Ein Schwungrad ist immer recht gut zu gebrauchen an Türen und so weiter, weil die Türen sind ja meistens verschlossen. Ah, wir gehen mal weiter. Wir könnten natürlich schon quer Feld einlaufen, aber dann weißt du echt nicht, was passiert, ne? Na komm, wir werden es doch mal. Puls haben wir. So. Munition ist ganz wichtig. Mir fehlt es. Guck mal, ich weiß immer wieder an Munition. Wann haben wir jetzt gerade die Waffen? 139, 228, 215, 156. 50. Hm. Was sind das? Ich muss mich auch mal angewöhnen, die Fähigkeiten im Prinzip so ein bisschen einzusetzen, weil das penne ich immer. Ich hätte mal auf meine Begleiter hören müssen, ne? Oh man, echt so weit weg. Besser nicht. Ja, weiter. Also es ist echt sicherer, eine Straße entlang zu laufen, anstatt da im Prinzip durch die Pampers zu marschieren, ne? Oh man, ich hab Hunger. Der Weg ist noch so weit. Oh man, ich hab ihn nicht so weit weg. Hmmmm. Volle Munitur, ne? Die Waffen einfach alle nichts tragen. Was sind wir denn hier? Amber Heist. Ah, da sind wahrscheinlich die Plünderer drin, ne? Da wollen wir aber nicht hin. Fünf Minuten machen wir noch und dann sind wir vorbei. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin so schlecht, man. Ich hab schon seit Ewigkeiten kein Ding mehr gespielt. Kein Ego-Shooter mehr. Oder kein Shooter-Game mehr. Und hier sind sie kommen. Alter. Kann man so gerade schon mal diese Zielanwendung nutzen, ne? Gibt halt auch gern ein bisschen. Was ist das? Ich seh keinen mehr. Oder? Oh, der hat gerade aufgegeben. Oh, Möter-Schwanz. Auf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Weiter aus, weiter. Aber das ist auch ein Schnelle-Reisepunkt. Was? Nach Fallbrooks? Ja, dann gehen wir halt nach Fallbrooks, Mann. Gehen wir einen heben. Dann machen wir Feierabend. Ah, Herr Fallbrook. Nö. Okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle machen wir Feierabend. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann grab mal noch diese... Oh, ne, das ist auch nicht. Hä? Ich hätte kurz schwören, ey. Für beide. Wir müssen es für die Bar machen. Ein paar Rounds, ein paar Hände. You know, socialize. Ah, die Fresse. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein. Ciao.